Die beste Strategie, die du mit Bricks durchführen kannst, glaub ich. So, können wir hier von hier aus auch drauf gehen? Das war knapp, Alter. Okay, ich habe aber keine Möglichkeit von hier aus jetzt. Ich muss also hier, ich werde eigentlich so. Okay, wir haben noch zwei so und zwei kommen jetzt dazu. Okay, er hat es nicht gesehen. Sein Kollege müsste aber da um die Decke kommen. Okay. Los, zeig dich. Auch erledigt. Okay. Scheint weitgehend ruhig zu sein. Rein geht's. Oh, scheiße. Hey, ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein aerosol-verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein, 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 nein. Gib mir Grimm und zwar schnell. Wie hat zu tun? Such mit Sam, den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Upset, Charlie. Okay. Okay. Die beiden können sich nicht leiden, anscheinend. Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Bin dran. Die dritte Bombe entschärfen. Hey Sam, das SM1 vermutet, dass um die Bombe herum alles vermied ist. Habe ich die MP dabei? Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Alter, ich habe vergessen, wie man in Deckung geht. Ah, B. B. Los, komm her. Komm her, komm her, komm her. Und weg mit dir. Pssst, 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 pssst. Ganz ruhig. So. Okay, da hinten haben wir einen Sniper. Das ist relativ unpraktisch. Der Sniper muss weg. Ganz dringend. Okay. Bestätigt. Setz die Suche weiter fort. Was für eine Suche? Könnte mich noch gar nicht bemerkt haben. Vorhin habe ich zwei. Hoppala. Hoppala. Vielleicht kann ich das mit dem Sniper machen. So, dann kam sie mich nicht bemerkt. Perfekte Position. Hier sieht ihn keiner so schnell. Okay. Einen haben wir. Noch wissen sie nichts von uns. Und weiter nach vorne. Den haben wir gehauen. Ja, wir sind gerade direkt hier hin. Ich verpasse, verschaffe mir mal einen besseren Sicht gerade. Aber ich sehe keinen mehr. Ich habe das falsche Röntgenbild-Ding hier dabei. Er schaut gerade oben rum. Das heißt, wir können uns hier schön lang schleichen. Perfekt. Hier haben wir relativ viel Ruhe. Na ja, nicht ganz. Einen Sniper weg haben. Ist alles soweit in Ordnung. Ganz ruhig. Vielleicht kommt er ja hier um die Ecke. Wo ist er hin? Okay. Freut mich für dich. Okay. Nächsten Sektor durchsuchen. Der war mir zu weit weg jetzt. Den machen wir auch schnell kalt. Da hinten kam mir noch einer rum. Der ist aber zu weit weg. Wir werden uns... Was war das denn? Schreck mich nicht so, du Arsch. Okay. Okay. Einfangen. Gut, dass ich ihn nicht abgeballt habe. So wie ich es vorhatte. Scheißen schwerer. Zwei schwere. Verbündete ausgefallen. Wir müssen den finden, der das war. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Der eine rennt jetzt gerade in die Richtung. Der andere kommt auf uns zu gerannt. So mit normalen, einfachen Bum-Bum wird das wohl eher nichts. Wir könnten ihn jetzt auf die Füße ballern, was würde er herzlich wenig bringen. Ich frag mich sowieso, warum sie solche komischen... Komm, schnell, bevor der andere wiederkommt. Wieso konnte ich ihn nicht assassinieren? Okay. Egal. Halt, wir machen die Tür am besten nochmal zu. Damit sie auch ja nichts mehr merken. Tieren, machen wir die Tür auch mal am besten zu. Was soll das denn jetzt? Na super. Ich dachte, jetzt könnten wir irgendwie von hinten... Scheiße. Die hätten wir locker einfangen können. Na, Knarf. Ich glaube, meine ganze Ausrüstung ist irgendwie... Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Eine ganze Ausrüstung wurde konvertiert, glaube ich, hier. Scheiße, Spec Ops. Komm her, du Fuck-Arsch. So. Ruhe jetzt. Keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Auch weg damit. Bleib stehen. Da ist keiner. Hab Ruhe. Da ist eine Mine. Ich hab gerade das Visier eines Snipers gesehen. Ich kann ihn aber nicht ausfällig machen. Ich sehe auch keiner auf dem Radar. Na, hier haben wir das. Das war riskant jetzt. Das war verdammt riskant. Okay. Ich sehe auch offenbar da sonst keinen weiteren. Ich höre noch einen. Da ist... Ah, da ist noch einer. Puh. Läuft ja ziemlich gut. Halt, da ist eine Mine. Okay, vor uns ist einer. Ja. Einfach sinnlos. Okay, cool. Und das wäre Nummer 3. Erledigt. Oh, da oben war ein Laptop. Den müsste er auch wegballern können, einfach. Oh, da oben war ein Laptop. Oh, da oben war ein Laptop. Scheiße, er weiß, dass wir hier sind. Ich sehe hier so in der Art und Weise keinen. Briggs, im ersten Stopp des Ringlokschuppens ist ein Eingang. Dürfte dir den Zutritt erleichtern. Verstanden. Danke.